So findet ihr den geheimen Gerudo-Shop in Tears of the Kingdom. Genauer gesagt geht es um den Gerudo-Geheimclub, welcher sich auf der Map genau hier befindet und in welchen wir zunächst von oben nicht hineinkommen. Daher müssen wir am Shop auf der linken Seite ins Loch hineinspringen und dann diesen Weg hier entlang, bis wir an dieser Stelle hier herauskommen. Dort müssen wir dann einen Deckensprung ausführen und schon sind wir im Geheimclub drin. Hier können wir uns nun unter anderem Schneestiefel, Sandstiefel, als auch den Wüstenschulterschutz und den Wüstenbeinschutz kaufen. Folgt mir gerne für mehr Tears of the Kingdom Content und wenn ihr live sehen wollt, wie ich Tears of the Kingdom auf 100% spiele, schaut gerne auf meiner Twitch-Seite vorbei.